Hey, Leute, ich bin's wieder. Drache Charm mit LP hin dran und ohne länger rumzufackeln werden wir keine Bros-Attacke machen, weil unser Bro-Punkter-Vorrat aufgebaut wurde. Verdammt. Okay, das heißt, ähm, ja, wir spielen wieder Mario & Luigi Superstar-Sagenwienzen im letzten Bosskampf, sozusagen. Vollabion BP... Was ist ja noch mal? Hm, Unterpilze, Magspilze, nee, äh, wir benutzen nochmal Supernüsse, reicht das? Ah, nicht wirklich Ultranüsse, wir haben genug davon. Bester Kampf, komm schon. Ich sollte nicht so geizig sein. So, das heißt, mit Luigi Bros-Attacke, um einen Arm abzumachen. Und, okay, was war das denn? Äh. Ach, komm schon, so. Der zweite Arm ist auch ab. Äh. Oh! Was war das denn? Nein! Ah, ich bin ausweichen, aber es geht nicht! Ah! Holy! Oh Gott! Was zum Teufel! Ähm. Ja, das, äh, das geht echt in die Items. Dieser Kampf. Oh. Voll creepy, Mann. Echt. Okay. Nein! Oh, zack! Komm schon, Kopf weg, Kopf weg, Kopf weg! Oh, oh, oh. Ich hab beide zweimal nach oben. Okay. Und einer muss springen. Scheiße. Ich hätte es sogar falsch gemacht. Na gut. Ah, ich find's doof, dass ich nie mit einer Bros-Attacke da rankam. Cool, mit Platsch-Brüder kann ich ihren Kopf platt machen. Cool. Ja, ich will nicht, dass ihre Arme zurückkommen. A. B. Und A. Weg. So, ihr Herz ist jetzt wieder da. So. Oh, komm schon. Oh. Verdammt. Tschüss. Jetzt greif ich sie natürlich wieder an. Oh, verdammt. Weg damit. Obwohl. Oh, oh. Oh, nein. Verdammt. Neun. Äh. Da. Mario muss springen. Mario muss springen. Mario ist K.O. Scheiße. Bitte. Oh, danke. Danke, danke, danke. Kann ich ihm ein Goldpilz unterjubeln? Ne. Back. One-Up-Pilz-Deluxe-Of-Mario, bitte. Hallo. Hier. Oh, das gibt mir sogar volle Brüderpunkte. Cool. Jetzt hat er sich ausgehext, du Hexe. So. Bam. Bam. Und. Komm schon. Komm schon, du bist gleich platt. Ich sehe es doch schon kommen. Du bist gleich. Sie. Ich springe doch mit Luigi. Controller. Nicht jetzt schlapp machen. Das ist jetzt der schlechteste Moment, in dem du schlapp machen könntest. Oh, scheiße. 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 Komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Lass mich, lass mich an Zug gehen. An Zug. Bitte. Nein. Nein. Nicht jetzt K.O. gehen. Okay. 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 Weil, 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 weil. Mal nach oben. Okay. Und, äh, Luigi springen. Okay. 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 Bitte. Bitte. Oh Gott. Ich kriege hier gleich einen Herzinfarkt. Oh. Leute. Okay. Ja. Gott. Goodness. Mann, dieser Kampf ist nervenaufreibend wie nichts andere in diesem Spiel bisher. Weil ich euch nicht mal nochmal den ganzen Kampf zumuten will. Das wäre ja schlecht. Komm schon. Stirb. Stirb. Nein. Holy shit. Ich muss sagen, sie ist stark. Sie ist zäh. Und was zum Teufel macht sie? Oh. 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 Verdammt. Verdammt. Komm schon. Oh. Gott. So, Bro. Sack, Brüder. Auf, äh. Jetzt muss ich wieder, äh. Ich will ihren Kopf weg machen, denn der ist doof. Obwohl, nein. Nein, was mache ich da? Greif sie mit ihren Armen an. Bin ich denn bescheuert? Ich bin so ein Depp. Und nicht mal Johnny Depp. Der ist nicht cool. Ich bin ein normaler Depp, der nicht cool ist. Scheiße. 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 Nein. Nein. Komm schon. Mann, 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 Mann. Wieso greife ich auch ihren Kopf an? Komm, ich haus, dann mache ich das ganz normal. Ah. Ah. Ich hasse dich. Dieser ist eine Episode verschwendet, du dumme Truller. Mann, 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 Mann. Was ist das? Oder ich mache einfach einen Schnitt. Nein, nö. Ich habe nicht mal einen Safestick gemacht, um es zu tun, als ob das nicht passiert wäre. Gut gemacht. Was ein dummer, bescheuerter Kampf. Ich. Ah. Zack. Zack. Auf jede Kleinigkeit muss man aufpassen, heilige Scheiße. Nein, was mache ich denn da? Auf jede Kleinigkeit muss man aufpassen. Und ich mache dann sowas. Ah. Komm schon. Ah. Verdammt. Ah. Zack. Zack. Und. Zack. Mann. Das macht echt keinen Spaß. Komm schon. Geh endlich putt. Putt gehen. Das putt gehen, damit ich endlich in die zweite Phase kann. Wehe, du hast noch eine dritte von. Dann raste ich total aus. Dann raste ich sowas von aus, dass es dir leid tun wird, dass du nicht angegriffen hast. Ja gut. Dann raste ich mit Wari und Luigi ausrasten. Voll gut wäre das nicht. Okay. Ich dachte, jetzt sollte sie einmal down gehen. Ja, ich sehe Luigi's HP, aber das war's doch, oder? Nicht, wenn sie sich heilt, ne? Fahr doch zur Hölle, du Hund. Jetzt macht sie den, den Stuss wieder. Verdammt, dass ich die Luigi aufpasse. Okay. Rot. Grün. Was ist das? Rot. Grün. Rot. Rot. Grün. Komm schon. Ja, ich kenne das alles schon. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ist dieser Kampf nervenaufleihend. Eigentlich ist er auch nicht so schwer, aber er ist lang. Er dauert so lange. Ja. Toll, wenn sie jetzt ihre Hürgelattacke gemacht hat, hätte ich das nochmal durchgehauen. Ja, ihr habt noch nicht genug. Bla, bla, bla. Ja, ja. Danke. Ich glaube, sie hat mich erhöht. Erhöhert. Von wegen. Okay, dass wir den Armen hören, ist wohl nicht gut. Dann mache ich euch so platt. Ich habe nicht lang genug Wege gehalten. Da, mein Hahn wird so gut geschlagen. Meine Vater, gehe ich los und greife ihren Kopf an. Wie so ein Trottel. Denn ich weiß, dass er es tut. Wie so ein Donnel. Ja. Ich bin mir leid, Leute. Ah. Auf, auf, auf. Ob jetzt jemand zusieht, wo das jetzt ihr denkt, mir scheitert, wo die... Ah Gott. So geht das doch nicht. Nee, das hast du dir schon erleichtert. Wir benutzen zwar einen Ultraments auf Mario. So. Jetzt geht es dir an den Kragen, du Hexe. Ja, mach das nochmal. Das ist eine coole... Nein. Das ist meine Hassattacke. Denn da springe ich immer und denke mir... Ohoho. Genau so was meine ich. Ich springe da dreimal rein mit Luigi. Okay. Browsattacke auf Ehrenamt. So, ich muss ein bisschen sparsam von Browsattacke sein, weil frühe Auflage sowas. Äh, Luigi kriegt einen Unterpilz. So. Damit er mir nicht K.O. geht. Oh ja, mach das. Buff. Sehr gut. Was? Okay, ich dachte, ich mache hier eine krasse Augenattacke. Bärm. Bärm. Ich glaube, in dem Spiel gibt es voll den Glücksfaktor. Richtig schön. Und Bärm. 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 Komm schon. Weg mit deinem Kopf. Herz. Okay. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Nein. Mach doch nicht den Scheiß. Okay. Eigentlich nicht einfach ständig rumspringen, sondern beobachten. Verdammt. Auch hier einfach beobachten. Und früh genug springen. Ja gut, ich weiß nicht, wie das Kampf ist. Das ist ja eigentlich. Nein. Beobachten. Und so. Auf Mario bitte, falls was schief geht, damit ich Verteidigung habe. Verdammt. Summe, sie könnten damals nicht so lange halten. Das fällt nicht so drunter, wenn man zu früh ähm Stuss macht. So. Ich habe jetzt richtig viele Attacken aufs Herz, damit das auch schnell vorbei geht. Okay. Ich weiß, das ist jetzt riskant, aber Mario hat noch seine Verteidigung drauf. Eher. Komm schon. Sie heilt jetzt ihre anderen Körperteile, das ist mir egal. Okay. Vorsicht. Vorsicht walten lassen. Bloß nicht Luigi treffen lassen, vor allem. Okay, das ist gut. Das ist, äh, damit kann ich dir zwar nicht schaden, aber das, das, das kann ich abwärmen, was ich gerade gesagt habe. Aber gut, anscheinend nicht. Okay, haben wir wohl auf das Herz. Dann heilen wir uns wieder. Obwohl, dann schließe ich ihr Herz auch wieder gleich. Ah, ich will, ich will schon viele Angriffe machen. So. Bam. Hm? Was ist Luigi? Äh, Mario. Extra. Zack. Und, ah, verdammt. Jetzt heilt sie sich. Dann kommt, ihr seht ihr, das meine ich mit, ähm, am besten jetzt schon viele Attacken machen, weil sich ihr Herz dann sowieso gleich schließt. Oh nein. Nicht der Heini. Nee. Tschüss. Ähm. Ja, komm. Goldpilz? Nee, aber ich will, äh, nein, 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 100 100 Brüderpunkte. Nee, 100 Habt ihr für beide und Verhandlüsse für beide. So, jetzt werde ich mich auch wirklich konzentrieren, Leute. So geht das nämlich nicht weiter. Schlagbrüder und erst mal die Arme aushauen, damit sie nicht ihre dumme Attacke machen kann, die viel zu nervig ist. Okay. Aber das geht ja langsam. Geht ja langsam, ich werde getroffen. So, einmal und dann ist es vorbei. Ah. Sie hat wirklich verschiedene Phasen. Je nach Damage beschwört sie andere Dinge. Hm. Ich glaube, ich gebe Mario danach, jetzt mache ich noch einen Brustattack mit Mario und sah auf den linken Arm. Und dann werde ich mit Luigi Mario einen goldenen Pilz geben. damit auch seine Brüderpunkte wieder hochgeboostet werden. Wie viele habe ich davon? Vier. So. Nee, nee. Mario. So. Hier. Oh, okay. Gut. Sie boostet ihren Angriff. Das heißt, wenn ich jetzt genügend Damage reinhaue, könnte ich rein theoretisch ihren Angriff schon. Ja. Ähm. quasi nichts auslösen. Bäm. Komm schon. Weg. So. Ihr Herz ist wieder da. Das heißt, jetzt macht sie wieder erstmal voll die Angriffssause. So. Tschüss, Mann. Jetzt macht sie das wieder. Das ist relativ nervig. Relativ nervig. Ja, so. Nicht einmal getroffen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir wiederum nicht. Weil ich dann... Ah. Ah. Okay. Das ist schlecht. Das heißt, bitte Ultranuss. Om nom nom. Gott. Und Schlagbrüder auf ihr ekliges Herz. Zack. 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 Okay. Jetzt heilt sie sie natürlich wieder. Ist mir egal. Okay, die Sprungattacke, also die Sprungabwehrattacke, die ist jetzt noch gut. Da habe ich jetzt die Daumen schön auf beide Tasten. Okay. Das gefällt mir auch. Das ist nicht so schlimm. Verdammt. So. Okay. Guter Hackerbrüder auf ihr Herz. Dann fängt sie wieder mit ihren komischen... Komm schon! Zeit steht still, Bullshit, an. Und das wollen wir nicht. So. Und Bärm. Bärm! Jetzt versteckt ihr Herz wieder, glaube ich. Ja, gut. Danke. Jetzt kann sie sich wenigstens nicht verheilen, ne? Gut. Bärm. Verdammt. Bärm. Bärm. Ah. Das kann ich zurück auf sie schießen. Verdammt. So, ein Arm ist jetzt wenigstens weg. Bro, Sackerbrüder auf den anderen Arm. Bärm. Und... Tschüss, Arm! Bärm. Oh Mann. Dann werden wir mal einen... Äh... Ja, komm, einen Ultra-Pilz auf Mario einsetzen. Damit er auch schon heile bleibt. Oh Gott, das ist ein anstrengender Kampf. Oh nein, es kommt das wieder. Okay. Okay. Weil das ist gut. Das quasi dafür sorgt, dass ich... Ah! Verdammt. Dass ich schön viele Angriffe auf ihren Kopf machen kann. Wenn ich denn treffe, weil sonst trifft sie mich. Das ist schlecht. Okay, ihr Herz ist wieder bloß. Okay. Oh nein, nicht das. Concentration. Nein. Jetzt aber... Oh, da ist eigentlich noch eine dritte Runde. Scheiße. Sche... Scheibenkleister! Scheibenkleister! Nein, nein, nein! Verdammt. Wir sind verloren, Leute. Wir sind verloren. Ich war da so gut dran. Wisst ihr was? Ich hab kein Bock mehr. Das war's für heute. In der nächsten Episode geht's weiter. Also bis dahin. Haltet die Ohren steif oder so. Ciao.